Wey, so, ähm, dann würde ich sagen, ha, wie sieht's mit den Waffen aus, der hat noch, nicht mehr wirklich, genug, gar nichts, genug, genug, ja, Schraubenschlüssel, das ist natürlich, ähm, die Waffe unserer Wahl, Fall. Okay. Okay. Jen, thank God. Tommy, I can't feel my legs. Help me. I'm so afraid. Don't be scared. I'm getting us out of here. I promise. Könnte das jetzt bitte aufhören Interessant, ja Was ist das denn hier für ne Kacke, Mann Nein, was haben wir denn noch so im Angebot Da Ein bisschen ist ja noch drin Woe Hm, da ist immer noch Muni drin Wie Muni ist denn da drin, verdammt Das ist ne Waffe Da, die, hi, ist das schön Die, ähm, au Mist, ding, weg Die rechte Waffe Was da immer rauskommt Und dieser rechte Strahl Das ist das Ding Was da rauskommt, was den Gegner auch heilt Ach, jetzt bist du alle Keine Granate werfen, schön Oh, ne Granate Ähm, nehmen wir Raketen Werfen Au So Schubiduba Schubiduba Das nervt Geh weg von mir Ja, tot Ich Naja Ich mein, wenn der Gegner sich da so geknackt heilt Dann können wir das doch dreimal Also wir können das nicht dreimal Wir können das mehrmals Aber ich brauch noch einen blauen Einen blauen bitte noch Perfekt, wir sind voll Dann rein da Ja, netter Versuch Kleiner, wirklich BBMs Ja, ja BBMs Ja, ja BBMs Ich kann. Ich muss dich zu retten. Du kannst mich nicht zu retten, Tommy. Du kannst nur mich gehen lassen. Bitte, Tommy. Lass mich gehen. Ich liebe dich. Emotion. Es schlägt deine Jungen. Fuck you! Komm und mich, du wunderschön! Suche Angst. Suche Hostility. Suche Potenzial. Ich werde dich zu retten. Ich werde dich immortal. Immortal? Immortal! Du hast alles, was ich für leben musste! Enissi! Ich bin jetzt bereit! Hey, Geisterwelt. Jetzt kriegen wir bestimmt hier so diese übelsten Dinger-Tricks und dann treten wir der Dämlichen doch mal in den Arsch. Oh! Oh! Masi! Grandfather! Was ist das? Die Darmkne! 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 Was auch was es braucht! Es wird viel dauert. Lass uns beginnen. Sieben Tiefen. Wir sind uns. Einer für jeden der schweigen Klans. Gehe jetzt zum Geheimdienst. Von meiner Theorie, dass ich dann doch gleich mal durch bin. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Egal. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier für Prüfungen kommen. Was wir für Geisterfähigkeiten hier kriegen. Geisterfähigkeiten? Ja. Was wir hier für Dingers kriegen. So. Bevor wir da durchgehen, mache ich nochmal einen Beruhigungs-Cut. Wenn die Mauer weg ist. Jetzt. So. Eventuell nochmal quicksafen. Falls ich hier in der Geisterwelt fehle. Was ich für sehr wahrscheinlich halte. So. Haben wir es denn jetzt gleich mal? Was ist das denn? Ja. Jetzt haben wir nicht mehr einen Bogen. Jetzt haben wir die Friedenspfeife. Jetzt. Oh Gott. Jetzt geht's ab. Ach, ein Gesundheitsupgrade ist das. Herrlich. Jan? Wie kam dich hier? Sonst haben Sie mir erraten, Lüge. Erst du mich nach dem Garten, und jetzt hier. Ja, natürlich. Geh rein. Nein, komm wieder raus. Ah, ist das schön. Und vor allem, wie sind die jetzt bitte hier hingekommen? Was geht hier gerade ab? Ich check es nicht. Waaaaaah! Was geht hier ab? Ich bin jetzt in der Geisterwelt gestorben und das soll mir auch erstmal einer nachmachen. Nein, 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 ich will nicht, ich will, ach Gott, dann will ich halt doch was sonst. Ah, Gick, die Gick hat ihn echt mal. Ich hab die Schnauze voll hier. Das Ding. Ja, es ist wahrscheinlich sein Ernst da hinten, oder? Was? Na, noch Fragen? Ernsthaft? Seeler, ich will Waffen, ich will Seelen. Ja, ja. Ah. Was ist das? Das auch hin... Wow, was? Schon wieder tot. Da möchte ich, glaube ich, durch. Auge in Auge. Okay. Auge im Auge, ja. Lecker. Toll. Oh nein, jetzt kommt wieder so ein Hühnchen. Ja, was ist denn hier los? Wohin laufen sie denn? Äh, nein, 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 nein. Ne, Alarm ist vorbei. Ist alles... Wow, hi. Hi, Hasso. Wohin mit dir. Tschüss, Hasso. Geh, 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 Geh! Geh in Höhe, du Scheiße! Hm, 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 ist das schön, ja. Ich hab noch nicht ganz gecheckt, was ich hier tue, aber... Dann vergrillen wir hier gerade alles, was ich relativ cool finde. Ja! Geh in Höhe, Geh! Geh in Höhe! Was machst du da? Ähm, wir nehmen mal die Waffe. Die gefällt mir doch relativ gut. Die gefällt mir doch relativ gut.